hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einem neuen unboxing meinerseits ich bin der meister Zeipa und heute habe ich hier musculus x nahrungsergänzungsmittel mit phänomen b und freien aminosäuren es gibt natürlich auch eingesperrte aminosäuren aber die sind hier nicht drin also die kommen alle aus freilandhaltung so was haben wir denn hier zutaten gelatine ergen älzüün älgutermin kann beide enthalten nicht geschützt aufbewahren vor gerichten schützen spring live flitten london england tagesverzehrmenge täglich ein bis zwei kapseln am besten vor dem training auf nüchteren magen nicht für verbraucher und 18 lang geeignet schwangende und stüde sollt ihren arzt konzertieren mindestens halber bis juni 2019 ok so sieht das ganze erst mal aus ich würde sagen gucken wir doch einfach mal rein was da jetzt nur so schön ist drinnen ist okay das ist das mal nü ziert für ihr Okay, wieder weiße Kapseln, so sehen die wieder aus, ganz normale weiße Kapseln und dann brauchen wir ein Stückchen Papier. Okay, es hat wieder eine kristalline Struktur und ich würde sagen, diesmal zünden wir nicht die Kapseln an, weil dann ist mir jetzt auch gefallen, dann brennt ja immer noch nicht Kapseln. Dieses Mal zünden wir mal das Pulver direkt an. Denkt man mal, das ist vielleicht auch interessanter für euch. Müssen wir nur so ein bisschen umbauen. So, dann machen wir mal schnell das Licht ein bisschen aus und ich greife mal schnell nach hinten und hole mal Pfeu Pfeu. Wir haben hier Feuer, dann können wir erstmal die Kapseln anbrennen, weil die knistert und knuschelt von alleine. Und das Pulver ist ja das Interessante. Okay, jetzt blubbert. Interessant. Na gut, dann hoffe ich, euch hat dieses Beauty-Unboxing heute wieder mal gefallen und dann sage ich Tschüssi, bis zum nächsten Mal. See ya!